ja auch hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloody Trappland mit den Brüdern hallo 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 ich wieder eine super Einleitung ja wir sind doch Profis ja wie eh und je da wollte mir gerade schön dass jetzt fängt Ronny gerade an zu raus achso da wollte mir gerade schön der Kopf weggebracht es ist einfach ein Traum ich habe gern gemacht für dich die Kugel abzufangen die Kugel für mich abgefangen ich bin drüber gesprungen ich weiß ich habe sie dann trotzdem noch abgefangen aber nicht für mich jetzt haben wir schon wieder Harakiri angesagt das ist jetzt meine Säge meine Säge oh boah deine Säge oh ja klar ach Gott Digga hat sie vorgedrängelt da fordere ich noch mal keiner äh das alte Schauspiel da unten oh man ich schaff diesen Sprung da unten das ist das ist einfach das ist das ist das ist kein so ich mich von einem Pendelk sehen lassen vor Ronny ich will dich hinten an ich will Stacheln ey zu früh gesprungen zu früh gesprungen gar nicht gesprungen so geht's auch hey stell dich hinten an ne ein Kinn zählt nicht ich ping da zu hoch warum mache ich das denn nein ich war da durch das war schon fast Usheim Bolt mäßig Usheim Bolt das ist mein Vorbild oh fast zu spät losgelaufen was ja ja dieses Level das lässt mein Herz einfach aufblühen muss ich sagen weil eigentlich ist das oben echt easy aber dann dieser eine Sprung da naja zwei mir lässt es den Kopf schmelzen eigentlich ist nur der eine ich bin noch nach Nikolaus es ist gleich ich mach jetzt einfach ja das hast du dir verdient ich hab mir Spaß dafür ja das war richtig schlecht aber holy shit oh ho das scheit der zweite da war das schwerere von beiden ja treib ja schon geht's fast schon oh wie ist das cool es ist doch ne ich war ja klar war ja klar erstmal gegen die Wand laufen vielleicht funktioniert es danach besser ich weiß nicht Master kann sich immer drunter docken wenn ich irgendwie nie danke dann bedankt ihr nicht bei mir weil du mich gekillt hast also grundsätzlich bin ich nach Nikolaus dran gewesen bis du angefangen hast dich vorzudrängeln ja ich stand schon die ganze Zeit hier oben da ist Nikolaus gekommen und hat sich vorgedrängelt ich wollte einfach übersprungen ja das ist der Grund mich zu killen ich wäre sonst gestorben toller Kamerad bist du ich weiß nicht Master du kannst dich immer drunter docken ich kann er gar nicht weil auf mich wird geschossen während des Springens und da docke ich mich drunter durch von Nikolaus ach jetzt bin ich doch plötzlich mal wieder ja du bist nach Ralf ist noch nicht so schwer naja eigentlich ist so nein eigentlich ist dann nach dir ne eigentlich ist die Reihenfolge wenn man hier hochkommt ne 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 doch weil Nikolaus ab und zu stirbt und seine Penne hat er Pech ich muss ja mal durch ich muss ja mal durch es ist ein Junge oder Mädchen es ist Cancer es ist zurückgeblieben das ist natürlich eine Nachricht die man nicht unbedingt hören möchte es ist ein Makaber ja es ist ein Junge oder Mädchen es ist Cancer okay alles klar ey wir müssen wir das behalten müssen wir das behalten wie nennen wir es okay wir nennen das Würstler Crabs alter jetzt zerstört er auch noch Kindert Erinnerung das kann ja ich kann halt hier nicht mehr ordentlich spielen ey das ist bisschen kacke wir haben neuen Prozessor und so drinnen und das Spiel liegt schlechter als vorher Tja, kauf doch mal einen Gut. Das ist einfach ein Traum. Alle anderen Spiele laufen flüssig ohne Ende, aber hier Blidy Trappland, da gibt es dann ja auch Problemchens. Hast du mal neu installiert? Nee. Er hat das doch neu installiert, als würde ich uns den Shit noch einfach machen. Ja, aber eigentlich schon. Wenn man mit einem Feder rein installiert wird, muss man das andere nochmal neu installieren. Gibt es doch manchmal. Das sind halt so alle fünf Sekunden so einen kleinen FPS-Aussetzer. Keine Ahnung was. Das sieht man ja in der letzten Aufnahme. Deswegen nehme ich auf. Er gibt durch Herzen. So, und Hap. Und Ripp. Man nennt mich Gatekeeper. Weil du bist. Man nennt mich Arschloch. Oh, da haben die jetzt unterschiedliche Schossen, ey. Wir sehen Matrix, ey. Das war Ninja-like, deswegen schaffst du es jetzt auch da, ey. Sie nannten mich Yusai-Ninja. Yusai-Ninja-like. Nein, du Sau. Das ist nur von mir. Nein, 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 nein. Schön hinten anstehen. Ich bin nach Nico dran. Das geht nicht nach draußen. Ich war zuerst hier oben. Yusai-Ninja am Start. Ich geh noch rüber hier. So. Dann müssen wir es im Tandem machen. Aber ich habe auch kein Problem mit, ey. Kreissägen sind extrem behindert da unten gesetzt. Ich habe mich doch besonnen. Nein. Du hast dich doch so gedockt. Du hast kurz. Nein, habe ich nicht. Aber da bin ich aufgestanden. Ja, ja, das schon, aber... Null. Nö. 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 Beste Peperoni, Nico. Ah. Herrlich. Oh Mann. Ne, dieses Level, das hat was gegen mich, ey. Wisse. Nico war nicht da. Eigentlich wäre jetzt Nico dran. Aber nein, du hast hier halt eigentlich auch vorgetragen. Deswegen ist es nach der Reihenfolge, wie man hier hochkommt. Ey. Gibt's hier LCS. Nö. Einen töten zählt nicht. Oh shit. Verdammt. Das war jetzt nicht so LCS wie ich wollte. Das war mehr MLG als alles andere. Nico, das ist deine Säge. Das ist dein Lauf. Das war dein Lauf. Gut gemacht. Nö. Nicht dein Lauf in die Säge. Wuh. Wuh. Versteht. Da kam ein Mikro klar, das wäre rausgekostet. Wieso bist du nicht losgelaufen? Du warst doch vor mir hier oben. Nö, war ich nicht. Echt nicht? Ich dachte, du wirst vor mir hier oben. Ich hab mich nur... Alter, ist jetzt mal Schluss! Leute, du drängst dich vor, geh mal weg. Oh Mann. Gatekeeper. Nö. Ich war doch vor Nico oben. Dann haben die Holly gekillt. Was ist denn? Nee, jetzt musst du noch ne Runde warten. Alter. Kannst du mal aufhören, mich jetzt zu töten? Ja, lass mich doch einfach mal durch! Alter, der töte mich hier die ganze Zeit. Was mit dem? Was denn Lappenlöse? Nö. Der Typ, der wird jetzt gehuntet hier. Du kannst mal weggehen. Der töte mich nochmal! Leute! HUNTET DIN! HUNTET DIN! HUNTET DIN! HUNTET DIN SAU! Die Kugel machen den Rest. Komm, die Kugel, Alter! Aaaaah! Job. Ich hab Kopfgeleger engagiert. Hast du gesehen, die Kugeln? Oh. Die waren von mir engagiert, die Kugeln, ne? Machen wir jetzt mit dem Dreifach-Tandem-Made. Kein Ding, ey. Musik, um wieder anfing zu töten. Huh! Was? Alles klar, Jungs. Alles klar. Das ist so schlecht, ey. Oh, Mann. Ich bin dran. Jetzt nicht mehr. Ich werd schon viermal dran gewesen! Ich war weg hier! Ich muss nur durch, Jungs! Fick dich, Mann. Ihr tötet euch jetzt der Gegenseitig, ey! Hehehe! Einer vor, los! Freunde, du hast gerne anpacken. Hey, du! Uh! Uh! Hau rein! Warte, ich kann gar nicht schwingen, ich musste grad zugucken. Hehehe! Kein Ding! Oh, fuck! 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 Mensch, lass dich doch mal ordentlich da runterfallen und schaff' ich es endlich! Ich fühl's doch! Da hab ich schon den Lappen, ey! Ja, gar nix kannst du! Hehehe! Dann darf ich nicht mehr gucken, er hätte den Satz! Warum?! Hahaha! Das dukt dich hier! Hahaha! Hahaha! Was ist das? Oh, Mann! Ich komm komm gleich mal an! Dann wird dir echt weggemerkt! Weil du mich gar gekillt hast! Weil du mich gar gekillt hast! Nee, den hab ich gar nicht! Hast du wohl! Habe ich gar nicht! Hau! 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 The Spirit of the Rock! Alter! Der Typ, der lernt mich einfach hier die ganze Zeit, ey! Ich will nur hochklettern und der springt mir auf'n Kopf, ey! The Spirit of the Shit! Hahaha! Diesen Spirit würde ich aber ungern kennenlernen, ey! Hahaha! Vielleicht kommt der Gamer, ey, ey, jo! Päutchen! Du hast dein Lied angestimmt! The Spirit of the Shit? Das haben wir jetzt erst... Die neue Single! Hahaha! Warum wartest du denn? Warte! Nö! Oh! Scheiße! Warum hab ich jetzt mir versaut? Weil du zu lange gewartet hast! Ich hab nicht gedummt, Mann! Puh! Ah! Ja! Oh Mann! Da drück ich dann plötzlich wieder zu... Er töne mich schon wieder! Dieser Typ! Ne! Das ist doch gar nicht! Danke! Das war... Das war... Das war... Für diesen guten Mann! Ich wollte auch grad eine... Das war was nicht! Danke... für diesen neuen... Echt? Das gibt's echt nicht! Dieser Typ! Ich möchte nur anmerken nur, dass Ärztemusik nicht GEMA-pflichtig ist! Wuh! Nein! Was ist nicht GEMA-pflichtig? Von Ärztemusik! Achso! Alter was! Da nutzt immer Mikrookler aus, um mich zu killen! Ich krieg einmal... Ne! Ne! Sowas! Ne! Nicht mal fair und ehrlich! Unter... Aller Sau! So Jungs! Puh! Jetzt aber! Jetzt! Do it! Ey! Wieso werd ich ja eigentlich so oft getötet, wenn ich nur noch stehe? Ich mein, Nico, warum machst denn du das, ey? Das war Ronny diesmal! Ich weiß, dass es Ronny war! Ne! Ich hab mich extra geduckt! Jetzt hab ich Nico von Lagert! Shit! Was willst du denn machen, ey? Ich bin von dir gar nichts, Mann! Lass mich erst nur leben, ey! Lass mich erst nur leben, ey! Lass mich einfach nur leben! Lass mich einfach nur leben! Ja, ist so, ey! Ich stell mich nur hin und dann zappel, als würde er mir auf den Kopf springen wollen, ey! Wollt er ja auch! Ja, ich wollte... Ich wollte auch, um getappelt! Ja, um auszuweichen! Nö! 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 Gibt's einfach nicht! Also dieses... Man muss erst hochspringen und dann lenken! Aber ich mach's nochmal falsch! Alter! Das war keine Absicht! Ich wollte gucken, ob hochspringen und lenken geht! So! Jetzt! Wuhu! 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 Da kommt ein Pendel, ey! Nö! Das Pendel! Das Pendel des Todes, Mann! Das Pendel aus der Hölle, ey! Weggependelt, ey! Wieso kommt denn das da von unten? Richtiger Pendler! Ja! Nö! Der pendelt doch tagtäglich, ey! Husten! Da ist sowieso anders, ey! Nö! Abgeknallt, ey! Da hab ich nicht kommen, ey! So! Übeln, hab ja auch gesprungen! Oh! Das... das hätte ein Sandwich gegeben, sowieso, ey! Alter! Bist du grad hochgesprungen? Weiß ich hochgesprungen, wenn... Damit bin ich hier auf den Kopf gesprungen und gestorben! Ich hatte die richtige Höhe und alles und hab aufgehört zu lenken, ey. Ich bin so gut in diesem Spiel. Oh, ich auch. Ich bin der awesome Guy, ey. I wanna be the guy. The guy? Roman Reigns? Meine Freunde! I'm not a good guy. I'm not a bad guy. I am the guy. Das ist so ein catchphrase, ey. Das ist so freeshit, ey. Eigentlich ist es da unten ziemlich leicht, wenn man erst springt und dann lenkt. Ich will ich das Sandwich nicht! Oh, verdammt. Sandwicherino! Oh, oh, shit. Tja. Es gibt halt Leute, die haben drauf. Ich töte mich schon wieder. Ich weiß nicht, wie er das immer macht. Warum springt er hier mit einem Minisprung, um mich zu töten, ey? Ich wollte gar nicht töten! War der ein Soziopathis. Ja, ich glaub auch, ey. Was? Was ist wieder Niko? Niko ist hier der Mastenmörder, ey. Ich hab' egal, Niko. Er ist auf mich gesprungen. Da, schauen die an, die Nutze! Niko ist der übelste Serienkiller, ey. Dein Arsch gehört mir aber nicht. Ja, ja. Du glaubt es einfach nicht, ne? Ihr glaubt es einfach nicht. Der größte Arsch, ey. Der größte Arsch, ey. Aber du mal leiser vor allem. Die Merke. Das ist einfach, einfach der Genostagi, ey. Ja, ich würd dich alle umbringen, ey. Nö. Komm, hier kannst du mit einem großen Sprung raufspringen. Da tötest du auch keinen unterwegs. Er hat wieder einen kleinen gemacht. Wollte dich schon wieder töten. Ich weiß. Dieser Junge, ey. Du. Okay. Ich bin dran. Hals. Geh mir aufs Deck. Man kann eigentlich hier nicht den Weg stellen. Ist dir hoffentlich bewusst? Doch, wie macht der denn den zweiten Sprung da? Nee. Hahaha. Ihr seid doch boosted, ey. Ah. Boosted. Ja. Ah Gott, ey. Er hat mich im Grunde wieder getötet. Er wollte mich wieder auf den Kopf bringen. Wollte ich nicht. Aber du platz mal, damit du jetzt hoch kannst. Also, man kommt da mit einem großen Sprung, kommt man da hoch. Ja, scheiße. Ich vergesse es immer. Alter. Da hab ich einfach gar nicht mehr gesprungen. Da bin ich einfach reingelaufen, ey. Hahaha. Einfach hinter ihm hingestreckt. Er schnippt sowieso gleich, Alter. Okay. Nee, ey. What the fuck? Ich werd hier hochgebootet. Warum? Er hat mich gecapert, ey. Du. Du bist nicht an meinen Arsch gesprungen, Mann. Ah, du musst aber mich kriegen jetzt. Das brauchst du gleich nicht mehr fragen. Wenn er Daniele ist, dann will er dich töten. Siehst du das? Siehst du das? Das war pure Absicht, Daniele. Das ist die ganze Zeit pure Absicht. Alter, ich komm noch nicht rüber mehr. Nee, nee, nee. so was ist das denn nicht. Das ist so... Hahaha. Ich will doch nicht. Nein, wir schauen SAAR! Hier, ich werd einfach zu oft getötet, als dass ich mich hier zu h IG Kanne. Ja, dafür kann ich doch nichts. Ich sag ja, deswegen schaff es doch einfach. Ah, Schim τους, doch. Da musste es immer ein Geld bevor er weggeht, inn. das ist einfach ne aaaaaaah schon mit da und dann stirbt an der ersten Kreissäge wenn das am wenigsten schaffen würde das scheiß Level aber ne ah hier wird was mehr bei dem Spiel ich liebe es der Typ der arbeitet doch für das Level wie war's dir gezahlt, klingt wer als YouTube Keeper hier was ich müsste da durch der Gate Keeper was ist klar der hat mich wieder getötet der hat mich wieder getötet er versucht es nur noch mich zu töten nö ich muss ihm zuvorkommen ich muss ihm zuvorkommen das gibt ja nicht das war's einfach guck dir das an ey das macht doch mit Absicht einfach nichts dann macht er das mit Absicht das kann ich mir ernst erzählen dass es nicht mit Absicht ist kein Schwein lenkt da die ganze Zeit nach links wenn man nur nach rechts muss das war gar mit Absicht ja das ist die ganze Zeit mit Absicht, der zählt doch nix ey ey, das war's mir wert Alter, das war's mir wert was ist das hier Matrix-Teil ich habe zwischen den Kugeln langspringen ne, ne der Keeper, komm her der Nütte so guck mal er hat's geschafft, der Alter ich dachte, der fängt nur ein bisschen Kugeln ja, ich weiß genau ey der hat der NÄH ich hätte es jetzt gewundert, wenn er den Sprung jetzt geschafft hätte, nur um mich zu killen da unten die zwei hätte mich auch nicht gewundert ey so fies bin ich auch nicht oh man, warum spring ich nur momentan zu früh tschüss also Leute, bevor es noch weitere Wunderungen gibt sag ich dir auf Wiedersehen haut rein, bis zum nächsten Mal tschüss